Die Geschichte von Christian Jungwirth ist total verrückt. Christian Jungwirth ist ja mehr oder weniger wie die Jungsfrau zum Kinder zu diesem Sport gekommen. Als 28 Jahre alt hat er seinen ersten Mixed Martial-Arse-Fight mit keinem MMA-Trainings. Jungwirth hat während ein paar Tourneu in Niemesko in einer der größten Niemeske-Viest. Der Mann, der Warrior, der Myth, der Legend. Ich mache seit fünf Jahren, oder jetzt im sechsten Jahr, bin ich erst im MMA-Business dabei. Ich will zeigen, dass ich der Beste bin in der 77er-Gewichtsklasse. Richtig, richtig krasse News betreffen Christian Jungwirth. Und zwar hat Oktagon gestern bekannt gegeben, dass er ein richtig fettes Turnier veranstalten mit einem Preisgeld von insgesamt einer Million Euro. Das ist der größte Preispunkt in der europäischen MMA-Histrie. Ich bin seit zwei Jahren mit Mixed Martial-Arten. Und es gab nie so etwas wie das in Europa. Es ist einfach ein Traum für mich, gegen solche starken Leute zu kämpfen. Primeros ist ein richtig starker Bomber mit den Enden. Primeros ist ein richtig starker Bomber mit den Enden. Und ich denke, dass er das ist, dass er seine Chance ist. Jungwirth, versuchen wir zu Endeffekten. Christian Dekalert, Jungwirth! Ich bin seit zwei Jahren mit den Euronien zu bewegen. Wir haben ihn auf die Dämpfeindlichen Ausgaben gespielt. Wir haben ihn jetzt in den TIP Sport-Game-Changer gewonnen. Er ist das, was er die erste Chance, der in Europa in der EU-MMA-MMA-EU. Und er hat nur den Bedingungen gegeben. Er hat sich für den Sport-Game-Changer geöffnet. Dann sind wir zu der Pressekonferenz. Und die Leute versuchen zu wählen, wer sie wollen. All ready. Christian Jungwirth, take your side. Jetzt begrüßen wir Bojan Velichkowicz. Wow! Oh mein Gott! Jungwirth ist jemand, wenn ich ihn sehe, ich denke, dieser Mann ist schrecklich. Bojan Velichkowicz, ein kämpfer der Welt gegen die besten Welterweights in der Welt. Er ist der Mann, der all die Erfahrung hat. Er war in den Spiel ein sehr, sehr lange Zeit. Vor kurzem der Tippsport-Gameschanger wurde beendet. Er war über die Zeit. Er ist keine europäische Prüfung, wo man so viel Geld verdient. Velichkowicz vs. Sardu hat mir ein Moment, das ich nie vergessen werde. Absolut krasseste Ding. Ich habe diesen Moment in meinen Augen gesehen, in den ersten Augen gesehen. Das ist ein blau, in den Sportarten. Und was passiert, zeigt, wo die Erfahrung kommt. Und er kommt in. Und er kommt in den Alicotter. Oh mein Gott! Bojan hat es in Zeit. Das könnte es hier sein. Das ist es! Was ein Moment! Der Winner kommt von der Blue Corner. Bojan! Prometeus! Verlichkowicz! Das ist der erste Victory, die er hat, seitdem er seine größte Fan verloren hat. und sein Vater. Er wird jetzt mit Christian Jungwerth kämpfen. Christian Jungwerth bringt Feuer. Er kommt nach vorne, er kommt in die Basis, er schützt den Krieg. Und das ist für Bojan ein Problem. Ich fühle mich, dass er seine Gegenteil macht. Ich werde bereit sein, für eine sehr gruehliche, schwierige, schwierige Kampf. Sollte Christian Jungwerth diesen Kampf gewinnen, dann ist das der nächste große Schritt in seiner Karriere. Das ist mir sehr wichtig. Ich will ins Finale kommen. Ganz einfach. Das ist der Hero der Deutschland. Ich glaube, der größte Star der Nacht. ist nie für jemanden wie Bojan Belichkowicz, nie für einen Namen auf diesem Level. Bojan Belichkowicz hat alle Fassette, die man braucht. Das macht es quasi unthinkbar, dass er zu einem Mann der nur trainiert wurde, seit 28 Jahren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da los sein wird mit elf, zwölftausend Zuschauern. Bojan, ich bin bereit. Du bist besser. Ich bin bereit. Du bist besser.